ROPS GAMER GAMEPLAY ENTERTAINMENT und ja, jetzt werden einige sagen, äh, ihr hattet das alte Schwert noch von der alten Season, aber Leute, nein, ich habe schon das aktuelle Epic-Schwert, hab's bloß gemockt, weil ich es geil finde und genauso wie den Rest der Klamotten. Hat eine Gegenstandsstufe von 688 oder 724, was die PvP-Gegenstandsstufe angeht. Also dürfte ganz gut gewappnet sein hier mit seinen 444.000 Schaden. Ja, wir sind da mal gespannt, was hier so geht. Das eine oder andere BG hab ich schon mal gespielt mit ihm. Logisch, sonst hätte ich auch nicht die Klamotten. Und es hat schon richtig gefetzt. Ich habe lange überlegt, ob ich den mit in mein Gameplay nehme, aber warum nicht? Also, im Endeffekt ist es ja egal und es geht um den Unterhaltungswert hier. Auf diesen Channel. Ich wurde gefragt, ob ich mal Guides zu gewissen Chars mache. Ich werde es jetzt zu 6.2 nicht mehr machen, denke ich, da es doch schon relativ ausgelutschter Content ist. Und ich denke, dass ich zu einigen Chars, die ich ganz gut beherrsche, dann zu 6.3 wieder ein paar Guides ziehen werde. Du Lutscher, ey. Ich muss nur aufpassen, dass wir hier nicht runtergekickt werden. Oh, was leckt hier denn hier? Was ist so viel los hier? Komm her, hier. Krieg ich erst mal dick auf den Kopf. Yeah, was geht, Leute? Jawohl. Ich habe mir erst mal weggeklopft. Wenn wir hier so ein Hunter-Pad mal in die Mangel nehmen. Komm ran. Mein Freund. Ah, das sind hier ja zu viele Ranges. Ich sehe gerade, wir spielen hier gegen Russen. Den grabben wir mal hoch. Jawohl. Und dann gibt es gleich, definitiv gleich hart auf den Kopf. Und dann haben wir ihn auch schon gekillt. Oder war es mein Kumpel hier? Ich glaube, das war mein Kumpel. Yeah. Alter, der macht so fun, Alter. Kommt einfach nur richtig, richtig Damage durch. Es geht einfach nur hart ans Gemüt. Mein Freund, da kriegst du mitten ins Gesicht. Selber schuld, wenn du hier in die Hülle des Löwen kommst. Oh, mein Freund, was willst du denn? Was ist denn hier los? Sollen die mich tatsächlich hier attacken, oder was? Komm mal her, du hast deine Bubble gleich weg. Und zwar jetzt. Jetzt gibt es nämlich mitten ins Gesicht mein Freund. Obwohl, du bist nicht mein Freund. Na toll, den habe ich nicht gesehen. Und wahrscheinlich hatte ich auch noch schönen Hexer am Arsch, auf den ich auch nicht geachtet habe, weil ich hier voll im Killroach, im Tunnelblick war. Elimination. Aber, wir haben schon ganz gut hingelegt mit 1,3 Millionen Damage. Und, yeah, das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Immer richtig rauf auf die Birne. Du Heiler, das nützt dir gar nichts, mein Freund. Ob du Heiler bist oder nicht, du kriegst trotzdem mitten ins Gesicht. mit Bubble hat er gezogen. Ja, jawohl. Zerstört, mein Freund, zerstört. Oh, what's going up here? My little rusky friend. Mist, ich habe hier einiges umgestellt. What the fuck? Jetzt habe ich meine Insie auf meinen Mittelmausklick gelegt. Durch die anderen Charts. What the fuck? Sonst habe ich da mal meinen Tod so verfallen. Das wäre so ein bisschen Selbstmordkommando, wenn ich da reinrenne. Aber Leute, ich muss irgendwo hin, denn... Ich hole mir mal einfach raus. Jetzt haben wir noch einen Schurken dran. Ja gut, der zerlegt mich jetzt. Sieben Sekunden habe ich erst meinen Heal. Ah! Das ist nicht gut, Leute. Egal. Damage. Wir wollen heute Damage machen und ich will mal versuchen, dass ich über fünf Millionen Damage komme. Ja, die picken einen jetzt hier. Da brauche ich nicht hingehen, wenn hier viel gegen... Da, das wäre zum Beispiel, das wäre eine ganz andere Haus. nochmal. Ach, du, mein Freund. Und ins Gesicht, ins Gesicht. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Ah, ich habe erst meinen Grip. Alter, der zerlegt mich. Diese Hunter sind echt krank. Die Hunter sind krank, mir fällt mir dazu einfach nicht mehr ein. unglaublich, was der mir reingedrückt hat. Mädels, Mädels, so geht das nicht. So kann ich kein Damage fahren, hä? Aber ich darf hier auch eigentlich nicht alleine durch die Gegend fahren, bloß was machen die hier? Die Deffen. Die Deffen hier wie die Vollidioten und lassen einfach die Flag überlassen den Flag der anderen den Rushka, Rushka, Rushka-Freunden. Komm her, wer will ins Gesicht? Komm her, wer will ins Gesicht? Mein Freund, willst du ins Gesicht? Ah, ihr seid auch alle mega equipped. Das ist ja richtig krasse Scheiße, Mann. Da kommen sie zu zweit. Ah, gut. Gehen wir mit rauf. Gleich mal mit. Ach, der Heiler, Alter. Ja, der hat wenigstens den Sinn erkannt. Immer rennen, immer rennen, mein Freund. Immer rennen. Und wieder rein, und wieder rein, und das glittet. Ich massiere dich mit meinem Schwert, mein Freund. Da gibt es richtig harte Massage. Das ist, oh Mann, ey. Geist freilassen. Leute, so wird das nix. Die sind einfach nur enorm krass equipped, wenn ich das sehe. Ich sehe gar nix hier. Ich sehe bloß so kosche Kallikrüchen hier. Drei Heiler haben sie und verdammt vier Leife. Kleine Säcke. So ein bisschen beeilen mit Damage. Drei Millionen habe ich schon. Zwei Kills. Ja, let's go. Hier kommt, das hasse ich wie die Pest hier, wenn ich hier beim Geistseiler abgammel, ey. Oh, komm her, du Sack. Wir müssen auf den Heiler, Freunde. Wir müssen auf den Heiler. Da können wir nix machen. Der muss einfach massiert werden. Der muss richtig krass massiert werden. Der kriegt eine extra Behandlung. Mann, komm her. Oh, Mann. Und dann sind die noch so mobil, ey. Das ist doch ab nochmal. Und wir haben keine Heiler hier, oder was? Ach, ihr seid doch alles Flaschen. Alter, haben wir wirklich keine Heils hier, oder was? Hier haben wir doch einen Parler hier. Wo ist denn der Sack? Ich bin uns da oben, hängt er rum. Jetzt sollte ich mich einfach mal nach da oben verziehen, ey. Mehr fällt mir dazu nicht mehr ein. Also gewinnen wir mit der Scheiße hier auf jeden Fall. Ah, ja, ja. Sag niemals nee, ich weiß. Oh, Schoko. Let's go. Come on, come on, come on. In your face. Bam, bam. Und dann kriegst du hier die Massage. Ich bin heute irgendwo auf Massieren, weil ich selber massiert werden will wahrscheinlich. Oh, hier ist ein Heiler, ey. Ihr seid doch Homos. Ihr seid keine Homos. Homo-Russen seid ihr. Nichts gegen Russen, aber trotzdem. Ihr seid keine Homo-Russen, Alter. Alter, das ist nicht normal. Guck mal hier. Und jetzt kriegst du nochmal richtig hart ins Gesicht. Nee, kriegst du doch nicht. Doch, kriegst du. Ein bisschen gebombt hier mal. Jetzt klauen wir jemanden. Nee, klauen wir nicht. Oh Mann, nee. Da wollte ich einen schönen Spell klauen, damit ich mir ein bisschen selber heilen kann, aber daraus wurde nix. So, die Allianz hat das dann auch nochmal eingenommen. Einwandfrei. So haben wir uns das vorgestellt. Wie scheiße. immer wenn ich gegen Russen spiele, ey. Glaubt mir das. Ich habe zwar schon zwei, drei WGs mal richtig enorm gewonnen, aber ich habe die auch definitiv enorm verloren, Alter. Aber richtig enorm. Da fällt mir auch Mensch, Mensch, Jäger, ey. Verpiss dich, ey. 470k live, ey. Habt ihr keine anderen, ihr habt echt keine anderen Hobbys, ey. Kannst mir erzählen, was du willst. Das krieg ich ja auch noch. Alter, komm her. Alter, ist ein bisschen böse. Ja, verfehlt. Du. Ich hätte fast gesagt Nutte. Ich hätte fast gesagt Nutte, aber habe ich nicht gesagt. Jetzt gibt es auch. Jetzt auch. Ey. Jetzt hat das zweimal beused. Jetzt ist vorbei, mein Freund. Ja, mach ich. Ist kein Problem. I do it. Wenn ich mir mal rauskomme. Ach, du Spacko. Jetzt hört er sich auch noch. Oh, was ist hier gleich los, Alter? Ist hier gleich richtig Attacke, oder was? Komm, nicht mit mir. Oh, da ist er gleich wiederbelebt worden und geht natürlich gleich auf mich. Alter, das sind alles Ratten. Ja, Bomben. Ich kann es nicht mehr hören, ey. Enorm. Ich sage, also enorm. Mehr fällt mir auch nicht mehr ein. 4,8 Millionen. Also meine Grenze. Druckmodul. Der geht hier ab, ey. Krieger. Ja, der kämpft wahrscheinlich. Er hat hier schön den Heel im Rücken. Und macht jetzt hier einen auf dicken Max. Der Druckmodul. Da ist er. Und hat einfach nur übelst Gier und macht einfach nur execute, execute, execute. Wollen wir wieder hart aufs Maul kriegen oder wollen wir es nicht? Was nützt mir das, wenn die von hinten alle heilen? Aber egal. Werden die mal ein bisschen entlasten. Und dann gibt es richtig hart aufs Gesicht. Komm her, hier. Okay. Na gut, dann eben alle Bäder. Ist auch okay. Immun, immun. Ich kann es nicht hören, ey. Ich kann es nicht hören, ey. Alter, ihr seid doch echt keine Homos, ey. Lasst mal bitte meinen Heiler in Ruhe. Ihr merkt schon, wie die wie das Schwert hinten in den Rücken reinklopft. Und bleib mal stehen. Weil jetzt möchte ich dich jetzt gibt es eine Intensivmassage. Sehr viel. Mann, ey. Und der wird geheilt. Und der wird geheilt. Naja, klar. Wie soll auch sonst? Oh, jetzt mache ich hier im Beast Mode an. Nützt alles nix. Tut mir leid, liebe Russen. Aber ich muss jetzt hier den Beast Mode anmachen. Und euch einfach brutal wegklopfen, ey. Ganz brutal. Einfach mal rin. Immer rin ins Gesicht. Immer rin ins Gesicht. Yeah. So. Jetzt müssen wir erstmal einen finden hier. Der mal nicht von 17.000 Heels umlagert ist. Also 427k das ist wahrscheinlich schon lowlife bei denen. No geared. Da flamen sie wahrscheinlich rum und sagen ey, ihr kleinen Spasten. Was sucht ihr in einem Battleground? Komm her hier. Komm, wir machen mal einen fernen Kampf jetzt hier. Eins gegen eins mein Freund. Du und ich. Und wer noch? Dein krasses Selfie. Jawoll. Und ins Gesicht. So, jetzt bin ich dran. Ist auch okay so. Mann, das gibt's doch gar nicht. 6,2 Millionen Damage, meine Freunde. Und sind somit auf dem... Boah, er leckt mich fett. 1, 2, 3, 4, 5, 6, siebten Platz. Völlig raus. Zwei Kills haben wir nur gekriegt. Ja, wir wurden auch mehr gematcht als alle das andere. 6,2 Millionen Damage. Der erste ist ein Mage mit 8 Millionen. Na gut, da sind wir gar nicht mehr so weit weg und liegen alle ganz gut beieinander hier oben. Und der schlechteste hat einfach mal... Na gut, das wird ein Heiler gewesen sein. Sagen wir mal DD hier. 2 Millionen. Und Schurke mit... auch mit 2 Millionen. Der Rest waren alles Heiler. Jawohl. Genau. Ach, Mensch. Na, schade. Merken wir uns einfach mal. 6,2 Millionen Damage. Okay. Mal sehen, was beim nächsten BG reiße. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann supportet mich. Nutzt es einfach die kostenlose Option nicht zu abonnieren, einfach auf dem Stand zu bleiben, die neuen Videos von mir reinzuziehen und der Rest folgt jetzt. So Leute, wir machen das hier noch kurz und schmerzlos und zwar könnt ihr hier oben ein BG-Video von mir nochmal anklicken oder ein Off-Topic-Video, wo Vlogs oder andere Guides etc. drin verlinkt sind, immer was anderes. So und als kleines Special könnt ihr hier unten direkt im Video auf abonnieren klicken oder hier, ja, jawohl, könnt ihr meine Facebook-Seite besuchen und auch liken, denn dort gibt es immer die neuesten News etc. pp und die neuesten Videos-Verlinkungen werden so veröffentlicht werden. Also Leute, in dem Sinne, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Video.